jo leute und damit willkommen zurück zu spark challenge wie immer mit dem flash ja und genötigt mit centus und heute auch zu dritt jeder hat heute einen shader drin zu viert ist das dann ja gut zu viert wenn jeder einen shader drin hat heute ja gut dann sind wir heute zu viert irgendwann hatte ich mal gesagt ich habe keinen bock auf shader aber irgendwie gefällt mir das doch das ist normal bei centus erst hat er keinen bock und dann will er mir auch da ist nun mal so was soll ich denn jetzt da sagen aber den mond halten nein weizen 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 nein was ist denn hier doch ach so ruhig ist wieder level level farm eigentlich machen wir nichts anderes außer den folgenden noch level farm ist eigentlich alles fertig haben und dann schauen was man machen ne centus was gehört ne meine bugs wird schon funktioniert ist das jetzt gemacht ich hatte doch musste doch nur die blöcke noch ein bisschen höher setzen und direkt vom dispenser da hinten hoch und dann das war es noch ein bisschen fair war bei mir das weiß ich natürlich nicht wenn man die leute welchen schädel ich drin hab den v4 high er ist high merkt das ja ich hätte ihn auch komplett so benennen können wieder richtig heiß aber naja ich glaube bei v4 findet man ihn ja auch doch anders habe ich es ja auch nicht drin nö das ist nur dem medium drin ja mir reicht auch der medium wenn ich schon 32 kapitel drin hab das gefällt mir muss ich sagen das gefällt mir ja das mit dem nein jetzt bin ich reingefallen mit dem ein bisschen hell in der wüste auch nur ticken ja doch viel spaß in der wüste wir gleich mal gucken nein hündchen nicht sterben dann machen wir noch mal ein bisschen was und kartoffeln aber extrem dunkel in der hütte doch ja selbst wenn man sie überall fackeln hingesetzt haben ist es auch noch extrem dunkel ja komisch bei mir nicht ich glaube das ist auch irgendwie mal so was für eine version vom shader drauf hast die ist dann auch und dass da ein bisschen mehr schatten so irgendwie drin macht ja nix du mich stellst eigentlich nicht sauberer doch recht das drin glaub ich dir kartoffeln dorscht gießt und wie schön durchsichtig das wasser ist ne war ich noch nicht so ne doch geil ich hab glaube ich auch nie mit einem wasserbänken aber 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 ja aber so extrem hell ist das nun in der wüste auch nicht das geht vollkommen das extrem naja der gesandt ne aber das ist ja in wirklichkeit auch so wenn die sonne so verdammt hellrauch scheint 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 so weit hui mein schatten mein schatten mein schatten mein schatten ja du hast einen schatten ja den hab ich sowieso das stimmt aber die leute die meine videos gucken die wissen das schon boah weißt du jetzt hast du noch nicht mal den richtigen blick wo du buddeln sollst in der wüste also einfach nur block am block ist einfach nur hell ach so wieso willst du buddeln weil ich mir jetzt ein feld machen wo kühe reinkommen weil ich das bei selbst gesehen habe dass es einfach zu viel erfahrung gibt ne ohne witz ich hab gesehen du hast ihn bei dir in die pappelliste reingetan alter ich habe das nur gesehen ja das ist ja er ist verrückt ohne witz ist schlimm genug das ist normal bei ihm selbst und weg ist er selbst seine fernbedienung weil er selbst man hat sich das angekommen er hat nur geschieht ihr habt doch gelitten ja hast du ja auch wenn man uns alle die wir gebaut haben das ist sowieso gelitten ja war ja bei uns im test mit ein 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 nein keine anspielung darauf nie machen ein das war nicht laut dass ich das eben gemacht habe du spinnst doch doch nicht hallo komm auf den wecker so früh deine stimme hören ach ja wir haben uns kurz vor zwölf leute bin komisch weil doch mal früh wach aber ich weiß auch warum aber den sage ich ja nicht mit einer aufnahme ja ja ich glaube vielleicht kann sich das denken auch warum nein ich ausgeschlafener bin nein klar nein lüge nicht nein achso ja okay wenn es mal wieder das grüne wunder ja weizen ne und dadurch kann ich gut schlafen ja weizen für die kühe gab es mhm weizen für die kühe vor allem ähm irgendwie bist du grad ein bisschen leise bei mir also weil du dein ei jei rumgeschrien hast mein nein weil die musik so ein bisschen lauter ist ja ist egal das fällt nicht auf das ist eigentlich immer so wenn die musik lauter ist dann ist das aber trotzdem nicht wenn du ähm nach der aufnahme dann ist trotzdem der andere normal naja passt doch schon alles okay ja da werde ich du willst einfach meine stimme nicht hören ne will ich auch nicht siehst du ach ich bin auch so gut ich ernte das getreidefeld aber aber sehe nicht wieder was neues an nein ich bin ja echt mal gespannt wie viel folgen das noch geht ach ja ne hat mir das eigentlich in der letzten auch noch mal schon gesagt gar dass du mit spark challenge dass da noch jemand weiter macht ja ja oder war das beim bekloppten projekt ne ne das war beim sparks ja wo ich das gesagt habe ne ja kann sein ganz genau wusste ich das eben nicht mehr doch doch hab ich gesagt also das ist echt bekloppt dass immer noch leute gibt's die das machen ne ich schreibe auch mit dem auf und zu immer noch ja also der versucht zwigi auch fertig zu machen das heißt darum wenn es 300 folgen werden ich höre nicht wirklich ihm mal irgendwas auf einfach da kennen wir einen der das er ganz gut kann ne wer was kenn keiner der jetzt auch drei kanäle hat ähm ich weiß nicht von wem du sprichst ne ich auch nicht wirklich ja siehst du lalala ja ich hab nen schatten ja den hab ich auch so ja wollte ich auch sagen den hast du so beweisen passt das ja du 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 ich bin so fröhlich so fröhlich so fröhlich so fröhlich so ein schaden so ein schaden so ein schaden nein ach komm sneak doch hier ne runde so so ja na jetzt gibt's gleich das die nacht los äh ja bei mir dauert das noch ein bisschen aber dann heißt das wieder monster schnetzeln mhm mhm pp farm wie immer ja ich brauch jetzt erstmal das gitter fehlt kühe weil wir ja erstmal alles aufrüsten wollen bei uns bei mir stehen die schon auf dem dach drauf ne 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 du weißt ja wie hast du bestimmt schon gesehen wie klammeriert ist ja ich hab einmal in deiner vorangegeguckt wegen dem wizard das ist nur in der 1,5 und 1,6 möglich 1,5 und 1,6 was 1,5 und 1,6 was mhm dass wir den mit trinken weil ich hatte ja dieses ähm in den schadenstränken ne ja ja du brauchst jetzt die heilungstränke wahrscheinlich dafür so wie mir die anderen das erzählt haben aber warum heilungstränke das die schaden kriegen ok geht das so bei den monstern auch i don't know mhm das hört sich nie an ich weiß irgendwas hat mhm zeitlich bei mir rum gespackt aber ich weiß nicht was es war war es wieder komisch oder ich hab halus ich brauchst du mal halus ich glaub ich hab halus ich glaub ich hab halus ist ja nix neues ähm soo schön aufstieg hier sonst wird dunkel ja leider boi mein shader ist das echt schöner und wirklich um einiges schöner ne ach nö jetzt wenn es zu dunkel wird dann 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 obwohl mit dem sonn mit dem monschein ist eigentlich zu chilli mhm mhm obwohl ich mach hier so ja sind die monster jetzt anders farbig oder was oder die sind einfach nur grottig hell boah nein die sind einfach nur grottig hell ach scheiße ich spiel ja immer noch auf peaceful Mist nein verpiss ich doch spiel nein 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 boi einfach hier friss ich hab eben noch auf peaceful gespielt pissvoll ja weil ich nämlich auf meiner baubild was ausprobiert hab ich das ist voll komisch ich hab die mal wieder in den orten reingemacht aber mir ging das nicht mehr ähm die 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 auf creative zu setzen warum auch noch das weiß ich nicht wobei das eigentlich ne creative fate war weil ich was gucken musste und da hab ich erst mal auf peaceful gestalt weil die monster genervt haben pissvoll sind auf pissvoll endermen enderman ah ist das dunkel aber mir spacken die endermen und die spinnen rum die sind zu hell haha aber egal das ist man sieht sie sofort mhm danke 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 war es das dunkel aber wie war das wenn du doch ne fackel in der hand hast die leuchtet doch auch ne bei mir nicht ne 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 ähm ist es glätt was das nicht wird gar nicht ne vielleicht bei dem hier nicht aber bei so so ist das so mich stellt das gar nicht muss ja auch nicht leuchten ja bei sonnen mondlicht wo das nämlich mit drin ist ja aber ich brauch es nicht mir reicht der mondlicht ich sehe ich trotzdem kein schwert kein schwert für mich und der mann ist am montell heftig wir sind sogar im schatten wie mir ein pfeil im kopf steckt ja nässig zum beispiel gerade nicht obwohl ich im kopf doch ich habe man sieht so nicht so schräg laufe ist das dunkel aber in wirklichkeit in der wirklichkeit aber wir sind nicht in der wirklichkeit scheiß mich gleich ein spaß entscheidend sich ein los du willst es einfach nur sehen deine zuschauer soll man zu lachen haben nein doch ja mehr dich ja du mich auch dann hat man immer was zu lachen in der wüste ist das heller schön da draußen bleiben das skelett wo ich mal lieber zu essen und mich gleich tot hoffentlich die skelette von hinten kommt alle her schlägerei kommen schlägerei schlägerei und nein du blöder krieger ich könnte ich ja wieder im nether gehen und da um ein bisschen quarts zu haben gehen quarts ein quarts und und zur schlachten bringt auch spaß sagt eigentlich der schnellste naja das ist das ja aber man muss so richtig weit laufen und dann verläuft sich erst recht boah creeper alter nicht in dieses loch hier rein kommt der alter was geht denn jetzt hier ab hier hallo ich hab heute irgendwas verpasst dass heute irgendwie älger flash tag oder so ist wieso wir heute nicht mitbekommen alter creeper einfach das explodiert naja das ist nicht lustig jetzt bin ich mal im loch gefangen hier wo die kühe eigentlich rein sollen schnelles reparieren weil du weißt hier was gemacht hat was die klein baby kür runterfallen ja ja das mit dem zaun wusste ich aber schon ja mit dem zaun wusstest